Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Herr Röwekamp, ich ziehe mir ja viel an, was Sie an Vorwürfen gegen unsere Fraktion entwickeln, aber in diesem Zusammenhang zu sagen, unsere Fraktion, meine Fraktion hätte sich in den vergangenen Jahren durch keinerlei parlamentarische Initiativen mit der Frage der Geno- und des Planteilersatzneubaus beschäftigt, ist einfach schlicht falsch. Ich erinnere da an diverse Anträge, wo wir gesagt haben, wir brauchen eine finanzielle Entlastung des Teilersatzneubaus. Es muss in diesem Haus entschieden werden, dass die Landesregierung in der Pflicht, Investitionen, Krankenhausinvestitionen zu tätigen, nachkommt. Wir haben in diesem Zusammenhang, es ist ja eines der entscheidenden Probleme, das haben Sie ja ganz richtig erkannt. Sie haben ja wunderbarerweise in Ihrer Rede alles aufgenommen, was wir an systematischer Kritik in diesem Zusammenhang entwickelt haben und haben es sich zu eigen gemacht. Den ganzen Masterplan, die Investitionen auf Kosten der Beschäftigten reinholen wollen und alles mehr. Eine der entscheidenden Fragen in dem Zusammenhang ist die Finanzierung und da haben wir Anträge gestellt. Zweitens. Wenn Sie sich die Protokolle des Haushalts- und Finanzausschusses angucken, werden Sie feststellen, dass auch der Vorwurf, dass wir diese Gremien nicht genutzt werden, falsch ist. Wir haben an diversen Punkten nachgefragt und wir haben an diversen Punkten mit dafür gesorgt, dass Berichte gemacht werden. Und alles, was Sie und wir über die jetzige Situation der Geno wissen, also wir wissen ja, was schiefgelaufen ist, wir wissen auch zum großen Teil, wo die finanziellen Risiken sind, all das haben Sie aus den Gremien, die uns zur Verfügung stehen. Und im Unterschied zu Ihnen nutzen wir dieses Parlament und seine Gremium für unsere kritische Oppositionsarbeit und wir organisieren uns keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Unterstützung eines Wahlkampfes. Es gibt übrigens eine Frage, die steht im Raum, aber die wird dieser PUA nicht beantworten. Die Frage ist natürlich, gibt es ein systematisches Problem mit der Realisierung öffentlicher Bauvorhaben und kann man diesem systematischen Problem begegnen und was muss man dafür tun? Ich habe mir mal angeguckt, warum der Generalplaner nicht ausgetauscht werden konnte und ich will mal zwei, drei Stichworte sagen. Da steht, es wären komplizierte Rechtsfragen mit Urheberrecht, es wären die Frage des Fachwissens, also wenn man den weggenommen hätte, hätte man sich mit dem lange rumstreiten müssen, man hätte nichts mehr gewusst. Jetzt muss man einmal zusagen, dieser Generalplaner ist ja ein privates Unternehmen, es ist ja keine staatliche Institution. Und da liegt, glaube ich, eines der interessanten Fragen. Kann es eigentlich sein, dass wir ein öffentliches Bauvorhaben starten, jemanden beauftragen, das zu uns zu planen, der baut regelmäßig Mist und wenn wir den rausschmeißen, stehen wir mit runtergelassenen Hosen da? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, aber diese Frage wird mit Sicherheit nicht in diesem PUA beantwortet, da müssen wir anders rangehen. Da sind die Gremien, die wir jetzt haben, gefragt, die Ausschüsse, die Landesregierung und auch dieses Parlament, zu überlegen, wie vermeiden wir denn solche Zwickmühlen. Deswegen finde ich es wichtig, wenn wir diese Fragen diskutieren. Niemand, niemand will und niemand leugnet, dass diese Kostensteigerungen ernst zu nehmen sind. Und es ist dramatisch angesichts der Finanzlage von Bremen, dass dort viel mehr Geld ausgegeben werden muss. Und es ist dramatisch, dass wir möglicherweise da irgendwann nochmal wieder einsteigen müssen. Und es ist eigentlich auch sinnvoll, da einzusteigen, beziehungsweise wäre es vorher sinnvoll gewesen. Aber jetzt einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der all das, was wir schon wissen, nochmal durchkaut. Und anschließend zu sagen, ja, es ist eben schiefgelaufen oder etwas Ähnliches. Das nützt überhaupt nichts. Deswegen finde ich, kommen wir zurück zu unserer eigentlichen parlamentarischen Tätigkeit. Nutzen wir dieses Gremium, unsere Ausschüsse, um genau hinzugucken, was müssen wir eigentlich an Strukturen schaffen, damit solche Zwangslagen nicht wieder entstehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.